Diskussion über die pauschalen Zuschläge für EM-Bestandsrentner, die es ja zum 1.7.2024 geben soll. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, Sie diskutieren schon wieder. Jetzt werden Sie sich natürlich die Frage stellen, wer ist denn das, wer da diskutiert? Wir wissen ja, dass seit dem 12. März 2024, da gibt es einen Gesetzesentwurf zur Auszahlung der pauschalen Zuschläge für die EM-Bestandsrentner. Denn es gab ja eine heftige Diskussion über die Frage, ob die deutsche Rentenversicherung überhaupt in der Lage ist, diese Zuschläge an Entgeltpunkten pünktlich zum 1.7.2024 an rund 3 Millionen EM-Bestandsrentner auszuzahlen. Und was sich ja seit Januar 2024 schon so andeutete, bewahrheitete sich nun leider, sodass der Gesetzgeber gezwungen war, hier einzuspringen und hier einen entsprechenden neuen Gesetzesentwurf vorzulegen. Wir haben darüber berichtet. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt wirklich der Burner. Also das, was völlig unglaublich ist. Jetzt muss am Montag, dem 8. April 2024, im Paul-Löbbe-Haus im Bundestag auch nochmal über das Problem der Umsetzung des neuen Gesetzesentwurfs diskutiert werden. Das heißt also, anderthalb Stunden werden da Vertreter, die dort eingeladen sind von verschiedenen Institutionen, hier ihren, ich sage jetzt mal, ihren Senf dazu geben. Ja, ich zeige Ihnen mal die Liste derer, die da eingeladen worden sind. Wir können das auch ein bisschen größer machen. Da sehen Sie das wunderbar. Und zwar die Liste der Sachverständigen, die zu dem Gesetzesentwurf über die Auszahlung der Erwerbsminderungsrentenbestandsverbesserung zum EM-Bestandsverbesserungsauszahlungsgesetz etwas sagen sollen, können Sie ja hier sehen. Unter anderem auch die Deutsche Rentenversicherung Bund, der Rentenservice der Post AG, die jetzt im Grunde genommen die Gelackmeierten sind, die hier das, was die Deutsche Rentenversicherung nicht geschafft hat, umsetzen müssen. Und dann verschiedene andere Institutionen, auch der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Arbeitnehmerkammer. Aber meine Damen und Herren, diejenigen, die es betrifft, also die EM-Rentnerinnen und EM-Rentner, die seit fast zwei Jahren auf dieses Geld warten, die sind nicht mit dabei, die sitzen nicht mit im Boot und können mal fragen, was ist eigentlich bei euch los, warum seid ihr nicht in der Lage, die Dinge so umzusetzen, wie sie gesetzgeberisch gefordert worden sind. Die Rentenversicherung hat ja fast zwei Jahre Zeit gehabt, das umzusetzen, hat es nicht hingekriegt. Bis heute im Übrigen keine Entschuldigung dafür, sondern einfach nur die Erklärung, dass es technische Probleme und rechtliche Probleme gegeben hat, das umzusetzen. Ich finde, meine Damen und Herren, Zeit genug war es zu diskutieren. Wir brauchen diese Diskussion am Montag im Paul-Leppe-Haus nicht, sondern wir brauchen viele Techniker, viele fleißige Hände beim Post-Renten-Service, die das Problem lösen und auch dann für Millionen Rentner in einer Übergangsphase vom 1.7.2024 bis zum November 2025 dann auch umzusetzen, damit dann endlich im Dezember 2025 die deutsche Rentenversicherung und die anderen Rentenversicherungsträger hier mit Softwareänderungen dann die richtigen originalen Rentenbescheide erlassen kann und dann auch die entsprechenden Berechnungen vornehmen kann. Meine Damen und Herren, ich finde es schon sehr, sehr verwunderlich, dass man hier auch noch im Paul-Leppe-Haus über dieses Thema noch rumdiskutieren muss, sondern hier müssen Lösungen her und dazu kann mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Deutsche Rentenversicherung Bund relativ wenig beitragen, denn die haben es ja nicht geschafft, die Dinge hier technisch umzusetzen. Also meine Damen und Herren, sehen Sie bitte alle mal zu von der Rentenversicherung, vom Post-Renten-Service und wie Sie alle heißen, dass hier die 3 Millionen Menschen in Deutschland, die Anspruch auf die Zuschläge an Rente haben, also bis 7,5% Zuschlag, ich sage das Wort bis 7,5%, dass die Leute diese Zuschläge dann pünktlich im Juli als zweite Rentenzahlung gezahlt bekommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche und ein traumhaftes Rentenwochenende im 1. Aprilwochenende 2024. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.